Karl, darf ich vorstellen? Friedrich Engels. Ich habe noch nie etwas gelesen, was so präzise und so einnehmend gewesen wäre. Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit. Sie sind ein Genie. Sie kennen sowohl die ärmsten der Armen, als auch die einflussreichsten Kreise der Bourgeoisie wie ihre Westentasche. Wie machen Sie das? Hier ist eine Arbeit. Siehst du? So be gone. What if I'd rather stay? Ich würde das nicht. Das ist dein Name in Verbindung schnitt mit einem Marx? Die Bourgeoisin aime parler de la liberté, aber diese liberté ist nur für sie, nicht für sie. Sie fühlen sie in ihrer Recherche, jeden Tag. Mr. Naylor owns Foundry's in Leeds. Er emplies viele Arbeitskräfte, including Kinder. Das ist das die Gesellschaft macht. Die Gesellschaft ist nicht du. Wir sind die Verkaufgaben! Die Egalität und die Sicherheit von allen nicht affecten die von allen. Das sind die Abstraktions. Das sind die drei. Das ist die Abstraktions! Das ist die Abstraktions! Das ist die Abstraktionskarte. Das ist eine Revolte. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, dieses Vieux-Monde. Wir drei, wir werden das Vieux-Monde erweitern. Vielleicht wird es ein bisschen mehr als drei sein. Die Liga braucht realen Menschen, nicht Eckerts. Sie versuchen, was zu tun und denken. Ja, aber Sie wollen Ihre Ideen. Also testen Sie. Arrive! ARD Text im Auftrag von Funk